So, ähm, Grüße Nore, Mutter. Dann, dann hat sie um einen Fettbewerbzigen gesungen mit meinem Vater. Ich schwöre es. Hm, okay, die Stimme passt irgendwie gerade nicht so, aber okay, die ist eine interessante Frau. Guck mal, was hier passiert. Achso, die singen. Ich finde es einfach cool, wie die hier feiern. Das ist so cool einfach. Es ist so schön einfach, das zu sehen, wie die hier abgehen und die Spaß haben und sowas. Ich weiß nicht. Ich finde es sehr schön dargestellt auf jeden Fall. Ja, Sprung ist X. Hier, okay, hier ist nichts. Hier können wir uns auch nicht hinsetzen. Hier gibt es ja auch nichts. Dann würde ich sagen, wir gehen mal weiter. Hier können uns die Hände wieder wärmen. Ja, ein Feuer kann sehr warm werden. Das stimmt wohl. Oh. Oh. Tss. Alter. Mhm, das. Jedes Jahr das gleich. Jedes Jahr. Wie wenigstens geht er nicht auf einen Kriegerpfad? Äh, fast, Basi. Nur froh sein, dass es nur ein Jahr, dass es nur einmal im Jahr ist. Siehst du, Herr Obst, sieht sie mich nicht. Durch ihre Adern fließt das Blut einer Kriegsherren. Mit dem kann ich nicht reden. Möge die Urmutter sieben. Jetzt hört genau zu. Denn ihr müsst diese Geschichte erzählen, wenn ich nicht mehr bin. Oh, das könnte dir so passen. Was? Dass ich runterfalle. Es kam alles Leben von der Urmutter. Hier werden die Kinder. Hier gibt es Geschichten für die Kinder. Es waren alle... Erinnert ihr euch an den Kerl, der letztes Jahr besonders nackt aus Feuer getanzt ist? Ähm, schluss. Spezialobjekte, Energie... Ach, die Energiezelle. Ach so, die ist auch ein Spezialobjekt, okay. Ein Akku für ein militärisches Holoschloss aus der Mitte des 21. Jahrhunderts, okay. Aber einige, wer wird bei der Erinnerung gewinnt? Obwohl sie von ihrer Fülle leben. Hey, Leute, wir drüben. Ach, der ist auch hier. Karst, was machst du hier? Vorsicht, tu so, als ob du mich nicht kennst. Mit Ausgestoßenen zu handeln ist verboten, weißt du noch? Wie könnte ich's vergessen? Wie großzügig, dass du jetzt mit mir sprichst. Sei doch nicht so. Du weißt, dass ich dich bei der Erprobung anfeuern werde. Einige werden ganz schön blöd gucken, wenn du das gewinnst. Und wenn du noch irgendetwas brauchst, bin ich dein Mann. Also, Mutterherz. Ich dachte, du liebst die Wildnis. Tja, ein Mann kann nicht immer allein trinken, oder? In Wahrheit fühle ich mich manchmal einsam. So, ich hab es gesagt. Verachte mich nicht. Ich werde dir nicht vorhalten, wenn du mir Rabatt gibst. Ha, du bist doch... War ein Witz, Karst. Schön, dich zu sehen. Haha, wäre bloß nicht zu nett. Dieser Karst, ey. Also gut, Zeit zu gehen. Viel Glück morgen, Aloy. Dieser Karst, ey. Ich find's süß, dass die alle hier sind. Also was heißt alle, dass der halt auch hier ist. Oh je. In Kürze segnen wir die Erprobung. Doch zunächst heißen wir Gäste willkommen. Seit zwei Jahren herrscht jetzt Frieden mit den Karjah. Wir sollten die Handelsbeziehungen zu Meridian wieder aufbauen. Diese Gesandten kamen zu uns unter dem Banner des Friedens. Frieden? Welcher Frieden. Eine Verkündigung von Dankbarkeit. Geschrieben von Sonnenkönig. Mörder und Versklaver! Hey, hey. Erleuchtet rein. Lass das sein. Nora, Gläubige, lass das sein. Ich bin Osseram, kein Karjah. Also sag ich's ganz offen. Der 13. Sonnenkönig war ein Mörder. Ja, das stimmt. Ein Tyrann und ein Monster. Überfiel meinen Stamm für Blutopfer, so wie euren. Sie raubten meine Schwester. Ich hasste die Karjah. Doch der 13. König ist tot. Seit zwei Jahren. Wer tötet ihn? Der 14. Ja. Nicht, weil er an die Macht wollte, sondern weil jemand dem Unrecht seines Vaters ein Ende setzen musste. Ja! Die Nachricht, die dieser Priester verlesen will, ist eine Entschuldigung. Aus dem Munde des 14. Königs. Also bitte. Könnt ihr ihm nicht zuhören? Dankeschön. Eine Verkündigung der Dankbarkeit. Geschrieben von Sonnenkönig Abad. 14. Erleuchtetheit der strahlenden Linien. Ich lasse mir von den ungläubigen Karjah doch nicht das Heißen verderben. Was sollten Sie denn auch anstellen können? Vielleicht sind die Karjah gekommen, um sich zu entschuldigen? Ich werde Ihnen diese Chance sicher nicht verweigern. Er zeigt einen Fokus. Genau wie meiner. Okay, das ist... Jetzt wird es interessant. Ich versuche diese Prüfung. Wo hat er einen Fokus her? Du bist der Einzige, bei dem ich je einen Fokus gesehen habe. Wo hast du ihn her? Was? Eine Nora hat so etwas an? Das kann nicht sein. Deinem Stamm sind die alten Orte verboten. Wer sagt, dass ich genauso bin? Tja, niemand schätze ich. Wenn du in den Ruinen der Metallwelt stöbern gehst... Was ist los? Tut mir leid. Fehlfunktion. Olin, du suchst dir neue Freunde, was? Ich... Ich komme wieder. Warte! Nein, wir reden später. Ich muss los. Wow, sein Kater ist schlimmer, als ich dachte. Hey, du hast ja denselben Klunker wie Olin hinterm Ohr. Wann sind die denn modern geworden? Sein Name ist Olin? Wer ist er? Und bohrt er so etwas her? Ach, er ist nur ein Wühler mit einflussreichen Freunden. Entweder sucht er nach Artefakten oder er trinkt und macht Glücksspiele. Ach, den Klunker hat er wohl irgendwo ausgegraben. Nur ein altes Juwel, dass er sich gerne ansteckt. Nicht schon gut. Hier steht er toll. Was weißt du noch über Olin? Ist er wirklich so interessant? Ich werde gleich eifersüchtig. Tja, er sucht nach Ruinen in der Wildnis, gräbt Zeug aus und verkauft es an Adlige. Wenn er nichts anderes macht, ist er Speer. Er kann genau das, was ein Expeditionsführer können sollte. Ich kenne ihn ein paar Jahre. Er ist ein treuer Gefährte, liebt seine Familie und trinkt auch gerne mal. Ich mag ihn, aber viel mehr weiß ich auch nicht. Okay. Ich dachte, dein Freund würde einen faulen Tomaten ertrinken. Aber du hast sie alle beruhigt. Danke. Ich wusste nicht, ob es klappt. Die Nora verübeln den Kaja die roten Raubzüge. Das ist kein Wunder. Fragen? Ich möchte dich noch etwas fragen. Wenn du willst. Aber ich werde auch nach dieser Segnung noch da sein. Wir könnten dann weiterreden. Ich habe noch nie von den roten Raubzügen gehört. Was war das? Dein Stamm war im Krieg und du wusstest es nicht? Warst du in einem Versteck? Hattest du überbesorgte Eltern oder was? Ich war eine Ausgestoßene. Gemieden vom Stamm. Oh, ja, die Nora machen sowas. Grausam, wenn du mich fragst. Aber auch Ausgestoßene wissen von der Störung der Maschinen, oder? Wie sie jedes Jahr tödlicher werden? Tja, der Sonnenkönig dachte, wenn er für den Sonnengott genug Blut vergießt, beruhigt das die Maschinen. Hat nicht funktioniert. Aber jahrelang nahm er Mitglieder anderer Stämme zur Opferung gefangen. Darunter meine Schwester. Die Nora kämpften tapfer, aber es gab Tote. Ja, gut, das kann ich mir vorstellen, dass die Tiere nicht drauf reagieren. Die Maschinen, wenn Menschblut vergossen wird. Warum auch? Ich meine, die sind ja Maschinen. Wenn die Karja derart grausam sind, wie kommt es, dass du ihnen dienst? Der letzte König war ein schlechter. Aber der neue König will Frieden. Daran ist nichts Grausames. Außerdem, die Karja kämpfen nicht nur, sie bauen. Siehe Meridian. Alles andere ist nichts weiter als ein Haufen Steine. Und wie groß ist Meridian? Wie ist es da? Wo soll ich da anfangen? Mein Stamm beherrscht die Schmiedekunst. Darin sind wir die Besten. Aber wenn's ums Bauen geht, die Karja sind da besser. Die Stadt liegt über einer Schlucht mit mehr Brücken, als es hier Straßen gibt und Häusern groß wie Berge. Und ihr gegenüber steht der Turm wie eine Klinge des Himmels und reflektiert die Sonne. Du musst es dir wirklich einmal ansehen. Das ist eine Herausforderung. Oder eine Einladung. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das am Ende aussehen wird, wenn wir da mal landen. Klingt auf jeden Fall sehr spannend, was hier alles noch kommen wird. Das ist, äh... Vor allem haben die ja auch geschmiedete Rüstungen. Das haben die Nora ja überhaupt nicht. Die haben ja wirklich nur Fellrüstungen, Leder und sowas. Ich bin mal gespannt, was da noch so kommt an Rüstungen oder Waffen. Ja, aber das weiß doch jeder, oder? Ich wusste es nicht. Oh, tut mir leid. Ich dachte, alle wüssten das. Die Maschinen, vor 15, 20 Jahren. Damals waren sie noch nicht so wütend wie heute. Wenn sie einen Jäger sahen, dann flohen sie. Es war schwer, sie zu jagen, aber nicht gefährlich. Wenn man so klug war, sich nicht umrennen zu lassen. Aber dann kam die Störung und alles wurde anders. Und jetzt, sobald ein Jäger einen Schuss abgibt, greifen die Maschinen ihn gleich an. Noch ein paar Jahre und sie greifen alles an, was sie sehen. Jeder Ausflug wird zu einem Risiko. Als ob das noch nicht ausreicht. Tauchen völlig neue Arten von Maschinen auf. Größer, böser und schwer bewaffnet. Wie, der Sägezahn? Ja, vor 10 Jahren war es der. Aber alle paar Jahre taucht etwas Schlimmeres auf. Glaub's mir. Und wie kommt das alles? Das weiß niemand. Und die Maschinen, sie sagen es nicht. Das wird auf jeden Fall interessant werden. Wer bringt diese Maschinen hier hin? Vielleicht können wir das aber irgendwann sogar rausfinden, wer diese Maschinen baut. Wer sie zu uns bringt und warum überhaupt. Vielleicht ist das ja wie so ein riesiges Testlabor. Dass hier die Menschen gefangen sind und sich quasi neu entwickeln mit dem, was sie haben. Weil sie haben ja keine Technik mehr in dem Sinne. Und irgendjemand alles beobachtet und sie weiter testet oder keine Ahnung mit ihnen spielt oder was auch immer. Deine Schwester wurde entführt und geopfert? Das ist furchtbar. Ha! Entführt? Ja. Aber geopfert? Nein. Ein paar Karja können Ersha nichts anhaben. Sie entkam und ist jetzt mein Hauptmann. Hauptmann der gesamten Garde. Ernannt vom Sonnenkönig selbst. Wie hat sie überlebt? Oh, die Geschichte ist gut, aber sie ist etwas lang. Vielleicht ein andermal bei einem Drink oder drei. Oder du kommst nach Meridian und fragst sie selbst. Ihr würdet euch sicher mögen. Ihr seid beide, äh, direkt. Wie endet denn die Roten Raub? Also, was ist passiert? Wie kam es zum Ende? Der Sohn des verrückten Königs, vereinte Kerlger-Rebellen und Oseram-Freibeuter. So schafften wir das Unmögliche. Meridian einnehmen und den König töten. Und jetzt sitzt dein Sohn auf dem Thron. Eine große Verbesserung. Unter Awad gibt es keine Opferung, keine Sklaverei. Alle Stämme sind jetzt in Meridian willkommen. Sogar Nora verbannte. Du solltest vorbeikommen. Wer sind die Oseram? Das ist mein Stamm, weit im Nordwesten. Wir können drei Dinge. Streiten, Stahlschmieden und Brauen. Und Freibeuter. Was sind die? Man könnte wohl sagen, wir waren Söldner. Also bezahlte Krieger. Aber sehr viel loyaler, als es jetzt klingt. Awad hätte ohne uns keine Chance gegen seinen Vater gehabt. Und jetzt dienen einige von uns in seiner persönlichen Garde. Die Störung haben wir noch vergessen. Erzähl mir mehr über die Störung. Die Maschinen vor 15, 20 Jahren. Damals waren sie noch nicht so wütend wie heute. Also ich dachte, das haben wir wirklich... Ach, das hatten wir schon. Okay. Noch ein paar, als ob das... Ja, ver... Ich dachte, der wird noch was erklären, was die Störung ist, aber okay. Ich hätte dann nochmal eine Frage... Frag ruhig. Schöne Rüstung. Deine Rüstung sieht ungewöhnlich aus. Hast du noch nie Gardestahl gesehen? Na, ich erklär's dir. Ring verbunden. Aufprall geschützt. Stabil genug für Sägezähne. Muss er auch. Die Garde ist die Sonnenkönig-Elite. Das sind alles eisenharte Maschinenbrecher. Sogar eine Nora-Streiterin wie du könnte da Probleme kriegen. Bei diesem ganzen schweren Metall? Wohl kaum. Ja, schwer zu sagen. Meiner Meinung nach sieht es recht ausgeglichen aus. Wer ist Olin? Achso, schwer. Achso, das haben wir ja schon gehabt, okay. Dann, ja. Sollst du zur Segnung gehen? Ich sollte jetzt zur Segnung gehen. Ja. Hör mal, es geht mich ja nichts an, aber du... gehörst doch einfach nicht in dieses... öde Kaff. Ich meine, du bist klug. Du hast einiges drauf und... Ich meine, sieh dich an. Äh, wovon erhebst du da? Das weißt du genau. Wenn du mal in Meridian bist, komm vorbei. Ich zeig dir alles und stelle dich vor. Das wird ein neues Leben für dich. Na egal, ich muss jetzt auch zu dieser Segnung. Also bis demnächst, vielleicht. Vielleicht sind die Carja gekommen, um sich zu entschuldigen. Ich werde Ihnen diese Chance sicher nicht verweigern. Ich habe einiges gelernt über die Vergangenheit, was hier so passiert ist und die Stämme. Das ist ganz cool. Jetzt müssen wir uns zur Segnung gehen. Wir haben bald die Erprobungen vor uns und ich bin sehr gespannt, wie das wird. Meine Schwester, gab es hier bessere Musik. Die beginnen mit der Segnung, wenn alle Aspiranten da sind. Oh, ich muss wohl auch dazu. Aber jetzt wird man sich hin. Aloy, dein Platz ist gleich hier. Das da ist dein Gebetslicht. Es ist mein Geschenk. Blasphemie. Schwestern. Aspiranten, vor jedem von euch steht ein Gebetslicht, das eure Mutter gemacht hat. Ihr zu ehren, entzündet es nun. Für meine Mutter. Oder für Rust. Ich weiß nicht, ob die Entscheidung was bewirkt. Rust zu ehren, weil er so viel für mich getan hat. Urmutter, höre unser Gebet. Was ist ein Kind, wenn ich ausdrucken mütterlicher Hoffnung? Eine leuchtende Flamme, die weit hinaufsteigt. Freistehend im Wind. Ein Licht am Himmel, bis es endlich vergrünt. So wird das Band unserer Liebe weiter von Hand zu Hand gereicht. Das ist schon schön, muss man sagen. Da ist Ohlen. Ich möchte Ihnen einiges fragen. Aber ich weiß, ehrlich gesagt, noch nicht. Ich weiß noch nicht, wie das hier enden wird. Schade, dass dieser Musikant vom letzten Mal nicht wieder da ist. Der mit den langen, dunklen Haaren. Aloy. Jetzt, nach dem Ende der Segnung, haben wir endlich Zeit, uns zu unterhalten. Ich hoffe, die Zeremonie war nicht unerfreulich für dich, wegen der Umstände. Nö, die Leute sind halt nur einfach ziemlich unfreundlich, aber sonst geht's. Es war nicht gerade angenehm, aber es ist ein schönes Ritual, trotz all dem. Es ist großzügig von dir, Aloy. Ein Ritual zu loben, das alles ehrt, was du nicht hattest. Es hat mir einfach nichts ausgemacht. Ich habe größere Probleme als das Gemurmel der Nora über ihre Mütter. Verstehe. Du möchtest doch bestimmt einiges fragen, oder? Ja, schon. Ross sagte, dass Stammmütter nicht nur den Stamm führen. Was macht ihr noch? Wir lehren, wir geben Rat, wir segnen. Wenn notwendig, richten wir. Uns geht es immer nur um das Wohl des Stammes. Wir haben in diesem Jahr ganze drei Erzmütter unter uns, dazu mehr als 30 Stammmütter. Was ist der Unterschied? Stammmütter sind Großmütter mit zwei Generationen lebender Nachkommen. Und eine Erzmutter ist eine Urgroßmutter mit drei oder mehr Generationen Nachkommen. Okay, das ist krass. Wir sprechen damit für sehr viele. Unsere Meinung hat Gewicht. Die der Erzmütter hauptsächlich. Also, je mehr Kinder man hat, desto mehr hat man zu sagen? Das ist wohl auch eine Art, einen Stamm zu führen. Warum sollte es anders sein? Das ist wirklich interessant. Warum hasst Lansra mich so sehr? Sie hat so einige extreme Ansichten. Mehr als das kann ich nicht sagen. Ich kann nichts für meine Geburt. Oder dafür, dass ich ausgestoßen wurde. Ich sehe das ganz genauso. Aber es gibt auch andere Meinungen. Und jede Abstimmung der Erzmütter erfordert eine Mehrheit. Das ist eine interessante Frage. Warum verstieß man mich nach der Geburt, Tiesa? Was könnte ich getan haben, noch bevor ich geboren wurde? Aloy. Diese Frage kann ich nicht beantworten. Warum nicht? Sie ist ganz einfach. Und wo ist meine Mutter? Ist sie heute hier? Sieht sie mich? Oder ist sie tot? Ist sie hier? Oder nirgends? Deine Mutter ist bestimmt hier bei uns. Wenn auch nur im Geiste. Das ist keine Antwort, oder? Damit du es weißt, Tiesa. Ich bin hier, um Antworten zu finden. Ehrliche. Und nach der Erprobung fordere ich sie ein. Ich weiß, Aloy. Das habe ich auch erwartet. Was ist mit Rost? Warum wurde er ausgestoßen? Er hat es nie erzählt? Er hat wohl geschworen, nie davon zu sprechen. Ja. Und ich auch. Und die anderen Erzmütter. Tut mir leid, Aloy. Aber Rosts Vergangenheit wird für dich auch ein Geheimnis bleiben. Das war ja klar. Die und ihre komischen Gesetze, das ist echt nervig. Ja, das ist krass. In all den Jahren gab es nur ein weiteres ausgestoßenes Kind. Ein 13-jähriger Junge, der seine Mutter tötete. Die Erprobung war nach fünf Jahren. Und er kam nicht. Nein. Alleine hat er bestimmt nicht lange überleben können. Aber er hatte eine Chance. Andere Stämme hätten ihn hingerichtet. Du wirst es nur schwer akzeptieren, Aloy. Aber eine Verbannung ist relativ gesehen human. Oh, wirklich? Probier's mal 18 Jahre aus, Tiersa. Und dann sprechen wir uns wieder. Dazu bleibt wohl nicht was zu sagen. Die Räume war gar nicht so schlecht. Nett und kurz, immerhin. Aber es gibt einige Oseram-Bastler, die ein besseres Feuerwerk machen. Ups. Hoffentlich beleidigt das jetzt nicht euer heiliges Ritual. Das war schön. Wirklich. Okay, mit dem können wir wohl nichts mehr mal reden. Ja, wer weiß genau. Ach, der ist wieder da. Wo hast du den Fokus gefunden? In eine Ruine nördlich des Landes, das wir Oseram unser Anrecht nennen. Dort oben gibt es sehr viel Metall, Stahlriesen, teils unter der Erde begraben. Vergessene Höhlen, die die Alten in den Fels gebohrt haben. Deine Augen leuchten. Ich hab meinen Fokus aus genau so einer Höhle. Aus einer Ruine der Alten. Wenn du auch Stippern warst, weißt du so viel wie ich darüber. Frag diese Orte nach Antworten. Nicht mich. Wir sollten auf jeden Fall die Ruine mehr erkunden, wenn wir welche finden. Was machst du hier, Olen? Was machst du im Nora-Land? Eren brauchte einen Expeditionsführer und einen Kumpel zum Trinken. Sonst nichts. Jemanden, der auf den Priester aufpasst. Wenn das hier vorbei ist, geht's zurück in die Ruin. Auf der Suche nach Schrott oder nach Schmuck zum Verkaufen. Du bist also Forscher? Ich bin nur ein fremder Mädchen. Man muss seine Scherben verdienen. Ich verdiene meine eben als Diener des Königshofs. Das ist alles. Das wird halt nur ein bisschen... Als wir vorhin sprachen, hast du gezuckt. Und ausgesehen, als ob dir was weh tut. Oder Angst macht. Hat dein Fokus dir etwas gezeigt? Er hat mir gar nichts gezeigt. Wie gesagt, eine Fehlfunktion. Das passiert ständig. Warum liegst du mich hier? Ich suche hier auch keine Freunde, Mädchen. Den Ärger brauche ich nicht. Ich bin es gewohnt, gemähten zu werden. Ich dachte, du bist anders. Ist nichts Persönliches. Ganz sicher nicht. Du solltest... heute Abend mal Spaß haben. Großer Tag morgen. Man sollte jeden Tag genießen. Ja, okay. Ich weiß nicht. Der Olin verbirgt auf jeden Fall irgendwas. Ich würde gerne rausfinden, was. Aber ich glaube, das wird noch einen Moment dauern, bis wir es so weit sind. Bis wir das wirklich herausfinden können. Alle sind die, die hier Party machen. Ich will tanzen. Die Jägerhälter ist da vorne. Ich speichere gerade mal. Ich glaube, eine Schnellspeicherung reicht. Die Jägerhälter Vielen Dank.